Hallöchen, ihr Lieben! Eine kurze und schnelle Erinnerung daran, dass wir heute Abend ab 20 Uhr die zweite Hälfte von Little Nightmares 2 spielen werden. Und ich bin mir sicher, dass wir das schaffen. Ich hatte mal so geschaut in anderen Let's Plays, also nicht im Detail, aber ich habe geguckt, wie viel noch so fehlt. Und ich denke, so in anderthalb Stunden sollten wir das dann geschafft haben. Von daher, ja, ich freue mich schon sehr und bin gespannt, auf wie viele Tode wir am Ende kommen werden. Wir hatten ja jetzt schon 90, das ist schon echt ordentlich. Ich tippe mal, wir können ja am Anfang des Streams dann ein paar Wetten annehmen. Na gut, meine Lieben, also ich würde mich freuen, wenn ihr nachher dabei seid bei Twitch. Unten ist alles verlinkt und die erste Hälfte des Streams ist auch schon hochgeladen, wenn ihr da nochmal reinschauen wollt. Wobei, das ist ganz schön lang, da müsst ihr euch jetzt ranhalten. Okay, also ich freue mich um 8 heute Abend. Ciao, ciao!